In diesem Kreis von Frauen, da passiert einfach eine ganz bestimmte Magie und Heilung, die nicht passiert, wenn Männer dabei sind. Wir öffnen uns auf eine ganz andere Art und Weise. Und da wir ja Frauen aller Gesellschaftsschichten jeden Alters einladen, bereichern wir uns auch gegenseitig. Und eins der Themen, die wir uns da zum Beispiel angucken, ist unsere Beziehungsmuster. Das anzugucken, ist einfach ein ganz wichtiges Thema für uns Frauen, weil wir uns in Beziehungen so leicht verlieren, wo wir uns nur nach dem anderen richten, gefallen wollen. All diese Dinge, die wir tun, um in Beziehung zu sein. Und dann fragen sich natürlich viele, wie komme ich denn da raus aus diesem Muster? Und das ist schon eine große Frage, weil der Weg da raus aus diesem Dilemma ist eigentlich der Weg zu deinem Herzen.